Hallo, ich bin Bruno Ginnuth und ich bin Geschäftsführer von Clevershuttle. Wir haben unseren Traum und unsere Vision verwirklicht, Mobilität erschwinglich und gleichzeitig nachhaltig zu machen. Clevershuttle ist der günstigste und grünste Fahrdienst Deutschlands. Die Nutzung ist ganz einfach, man muss sich einfach die App herunterladen, die ist kostenlos im Android- oder iOS-Store verfügbar. Man muss sich nicht mal registrieren, auch wenn wir diese Registrierung empfehlen. Man öffnet die App, man definiert Start und Zielpunkt, man bekommt einen Vorschlag, den kann man annehmen oder ablehnen. Wenn man ihn angenommen hat, dauert es in der Regel wenige Minuten, dann ist unser Fahrer bei dir. Wir verbinden einen Chauffeurservice, wie man ihn eigentlich kennt, mit innovativem Sharing und die Vorteile für die Kunden liegen da eigentlich auf der Hand. Auf der einen Seite sind wir extrem günstig, also ungefähr 50 Prozent günstiger als ein Taxi und auf der anderen Seite sind wir sehr nachhaltig. Also wir setzen ausschließlich Elektrofahrzeuge oder Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge ein, die einfach emissionsfrei unterwegs sind. Der andere Grund, warum Clevershuttle besonders umweltfreundlich ist, liegt daran, dass wir ein Sharing-System anbieten. Es macht einfach Sinn, diese Fahrzeuge hoch auszulasten. Clevershuttle basiert auf dem Sharing-Konzept. Das heißt, unsere IT, das eigentliche Herzstück von Clevershuttle darstellt, prüft und erkennt, wenn Fahraufträge auf ähnlicher Route unterwegs sind. Das heißt, sie bündeln in Echtzeit verschiedene Fahrgäste, sofern eine Bündelung sinnvoll ist. Wir profitieren davon in Form von einer höheren Auslastung und diese höhere Auslastung können wir in Form von niedrigen Preisen an unsere Kunden weitergeben. Es bedarf einfach viel mehr solcher innovativen Lösungen, die einfach sinnvoll sind und in dem Sinne, wenn ihr Clevershuttle in eurer Stadt seht, nutzt es, es lohnt sich. Es ist nicht nur günstig, sondern auch echt sinnvoll und gut für deine Stadt.